Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 50 Der Hexenturm Wegen des glücklicherweise fehlgeschlagenen Attentats auf die Schülerin Meredith Baerbaum wurde Severus als Zeuge ins Ministerium gebeten, um eine Aussage zu machen. Meredith und Pomona waren nicht geladen, da sie ihre Aussagen bereits gemacht hatten. Sie konnten jedoch leider wenig Licht ins Dunkel bringen, weil sie während der Tat niemanden gesehen hatten. Severus wurde noch vor der Tür zum Gerichtssaal von Arthur abgefangen und begrüßt. Er schien äußerst aufgeregt zu sein, als er seinen Ordensbruder flüsternd und sehr schnell gesprochen mitteilte. Ich glaube, das ist ein Muggel, Severus. Sein Name ist Tyler. Allein schon die Waffe. Nennt sich Handfeuerwaffe. Ich befürchte, das ist einer von denen, die sich auf die Reimlüter stürzen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß, dass du sowas normalerweise nie tun würdest, aber... Wenn er dir gegenübersteht, könntest du... Stablos natürlich... Mit Legilimentik versuchen herauszubekommen, was er im Schilde führt. Mir sind da die Hände gebunden. Ich darf so etwas nicht einfach anordnen, ohne meinen Posten aufs Spiel zu setzen. Besonders nicht, weil er ein Muggel ist. Aber du, Severus, du schaffst das sicherlich, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Ein Nicken war die einzige Bestätigung, die er Arthur geben konnte, bevor sich die Tür öffnete und beide hineingelassen wurden. Der Beschuldigte saß in der Mitte des Raumes auf einem Stuhl. Seine Hände waren magisch, hinter dem Rücken gefesselt und um den Stuhl herum hatte man eine Wolke gezaubert, die der Gefangene nicht durchsprechen konnte. In Severus' Augen war das sehr viel Aufwand für einen einfachen Muggel, den man nach einem Abkommen mit der nichtmagischen Welt wahrscheinlich per Obliviate von allen Erinnerungen an die Zaubererwelt befreien würde, damit man ihn später in die Hände der Muggelpolizei übergeben konnte. Den Gefangenen konnte Severus als den großen, dürren Mann identifizieren, den er auf dem Friedhof nach dem Attentat auf die Schülerin entwaffnet hatte. »Professor Snape, bitte setzen Sie sich!« sagte eine dominant klingende Frauenstimme, die ihm nicht bekannt war. Severus kam der Aufforderung nach und setzte sich auf den Stuhl, den man für ihn bereitgestellt hatte, während Arthur sich derweil nach vorn begab und neben der Frau Platz nahm. Erst jetzt bemerkte er, dass Miss Bones ebenfalls ganz vorn saß. Als stellvertretende Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung musste sie ja hier sein. Die andere Frau, die Severus einen Platz angeboten hatte, war demzufolge die Leiterin, Miss Bones, direkte Vorgesetzte. In dem Raum waren noch zehn weitere Personen anwesend, die alle die Kleidung der magischen Gerichtsbarkeit trugen und abwechselnd auf den Gefangenen und ihn, den Zeugen, blickten. Nachdem Severus über den Tatvorgang befragt wurde, was etwas über 20 Minuten gedauert hatte, befragte man nun auch den Täter, während Severus weiterhin im Raum als Zuschauer bleiben durfte. Diese Gelegenheit nutzte er, um heimlich Leglementik anzuwenden, was nicht ganz leicht war, denn er musste Augenkontakt zu dem Gefangenen haben, damit er dessen Erinnerungen deutlich sehen könnte. Noch viel leichter als bei Miss Granger war Severus in die Gedankenwelt des Gefangenen eingedrungen, als der ihn geistig abwesend wirkend angeblickt hatte. Er sah in den Erinnerungen von Tyler einen rothaarigen älteren Herrn, der sagte, Die Bärbaumts leben alle unter einem Dach, Tyler. Es wird ein leichtes sein, die ganze Familie mit einem Schlag auszulöschen. Die Gedanken verschwammen plötzlich, weil der Gefangene aufgrund der von den Ministeriumsmitarbeitern gestellten Fragen an andere Dinge denken musste und der Augenkontakt somit auch unterbrochen wurde. Gleich darauf, nachdem Tyler ihm einen weiteren kurzen Blick zugeworfen hatte, sah Severus sich selbst, wie er auf Tyler zustürmte und Expeleamus schrie, sodass die Handfeuerwaffe an einen Baum schlug und sich ein Schuss löste. Im nächsten Moment sah Severus wieder Erinnerungen an den rothaarigen Mann, der ärgerlich schrie. Du Idiot! Ich hab dir gesagt, du sollst bis zu den Ferien warten, wenn deren Tochter auch zu Hause ist. Das holst du jetzt nach, du Trottel! Severus musste sich beeilen und so nahm er alle Gedanken in sich auf, die er in Tyler fand. Eine weitere Erinnerung zeigte wieder den rothaarigen, der befahl. Ich will, dass du zum Hexenturm gehst und die Territion bei unserem neuen Gefangenen durchführst. Erklär ihm, was wir für schöne Instrumente haben, die wir auch in ihm anwenden werden, wenn er nicht redet. Die Erinnerung sprang einige Momente weiter und zeigte Gedankenfetzen daran, wie Mr. Tyler einem großen, kräftigen Mann mit dümmlichem Gesichtsausdruck gegenüberstand, der mit Ketten an die steinerne Wand gefesselt war. Severus stutzte, als er mit dieser Erinnerung konfrontiert wurde, denn er kannte den angeketteten jungen Mann, dem die Angst ins Gesicht geschrieben stand. Es war sein ehemaliger Schüler, Gregory Goyle. Bevor die Anhörung vorüber war, verließ Severus die Gedankenwelt von Mr. Tyler, der als Muggel, wie Severus es vorausgesehen hatte, nicht nach Asgaban geschickt werden sollte, sondern dem Premierminister übergeben werden würde. Arthur wechselte, nachdem sie den Gerichtssaal verlassen hatten, nur wenige Worte mit Severus. Er fragte einzig und allein heimichturig, ob es möglich gewesen war, woraufhin Severus nichts anderes blieb, als ihm bestätigend zuzunicken. Später, das wusste Severus, würde Arthur sich mit ihm treffen wollen. Die beiden verabschiedeten sich und Severus verließ das Ministerium, um zurück nach Hogwarts zu gehen. Zur gleichen Zeit, in einem vornehmen Viertel in einer angesehenen englischen Provinz, empfing ein rothaariger Mann seinen bärtigen Gast, den er sofort anblaffte. Du blöder Idiot! Du sollst diesen Schwachkopf ausschalten und nicht die Schwester abstechen! Bist du sogar zu dämlich dazu, einen wehrlosen Mann zu ersticken! Der bärtige Mann erwiderte rechtfertigend. In dem Zimmer war noch jemand, und der hat um Hilfe gerufen. Ich musste die Schwester rausschalten, sonst wäre ich aufgeflogen. Es war schon schwer genug, überhaupt in dieses Krankenhaus hereinzukommen. Wäre es dir vielleicht lieber gewesen, wenn ich mich auch noch geschnappt hätte? Der Ältere fuhr sich mit einer Hand durch das rot-graue Haar und knallte wütend sein Champagnerglas auf den noblen Mahagonitisch, bevor er erneut ausholte und schimpfte. Die Kleine auf dem Friedhof? Du hast dich selbst damit hervorgetan, dass dein Freund Teiler einem Schützenverein angehört, und dann? Der Bärtige stand neben dem edelgekleideten Rothaarigen und ließ betrübt den Kopf hängen. Sie ist aufgestanden in dem Moment, als er seinen berühmten Blattschuss abgefeuert hat. Sie wäre auf der Stelle tot gewesen, aber nein, sie musste ja aufstehen. Kann er etwas dafür, dass sie sich bewegt? Keine Sorge, ich übernehme sie das nächste Mal selbst, und ich erwische sie mit Sicherheit. Versicherte der Bärtige Mann. Nach einem Moment fragte der Rothaarige. Wo haben Sie Teiler hingebracht? Haben Sie sowas wie ein Gefängnis? Wir müssen ihn rausholen, bevor er quatscht. Wer weiß, was die für Methoden haben, um jemanden zu reden, zu bewegen. Der Bärtige versicherte. Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Man hat ihn noch nicht in deren Gefängnis gebracht, weil sie nicht schlau aus ihm werden. Vielleicht ahnen sie, dass er kein Zauberer ist. Nachdem der Rothaarige genickt hatte und sich etwas entspannter in seinem Stuhl sinken ließ, fragte er. Und was ist mit dem Mann, der in dem Krankenzimmer um Hilfe gerufen hat? Weißt du, wer das war? Der Bärtige überlegte einen Moment und erklärte. Ich weiß nicht, wer er war. Er war wohl blind. Blind? Und dann trifft er dich nicht nur im Gesicht, sondern verpasst dir auch noch einen Dritt in deine... Der Rothaarige hielt lachend inne und fasste sich mit einer Hand in den Schritt, um zu verdeutlichen, welche Gegend er meinte. Den Frohsinn seines Kumpanen konnte der Bärtige nicht teilen, denn der Tritt war so schmerzhaft gewesen, dass er sich einige Blocks weiter hatte übergeben müssen. Mit vernehmbarer Unsicherheit in der Stimme fragte der Bärtige den Rothaarigen. Was machen wir, wenn der Typ im Krankenhaus aufwacht und plaudert? Der Rothaarige winkte ab. Ich glaube, der wird nie wieder ein Wörtchen von sich geben. Aber ich weiß, dass diese Typen in den Köpfen von Menschen herumstochern können, um Informationen zu suchen und deshalb muss er ausgeschaltet werden, auch wenn er nicht mehr von alleine reden wird. Meine Methoden sind sehr wirksam. Er hat unter meiner Obhut nicht nur reichlich an Gewicht verloren, sondern auch seinen Verstand. Glaub mir, der sagt nie etwas. So wahr Gott mein Zeuge ist. Der Bärtige schnaufte höhnisch und fragte. Was hat denn Gott damit zu tun? Mit zusammengekniffenen Augen blickte der Rothaarige bedrohlich zu dem Bärtigen hinauf, bevor er sich ein weiteres Glas Champagner einschenkte und einen kräftigen Schluck nahm. Ohne auf die Frage zu antworten, gab er seinen nächsten Pläne preis und sagte. Solange diese anderen Fanatiker es auf die sogenannten Rheinblüter abgesehen haben, keine bemerken, dass wir da heimlich mitmischen, mein Freund. Nicht, wenn Tyler die Schnauze hält. Die werden alle glauben, es wären diese Radikalen. Aber du selbst weißt, dass nicht alle Opfer auf deren Konto gehen. Wir müssen mehr über diese Leute herausbekommen, ist das klar? Der Bärtige nickte, aber bevor er aufstand und sich bereits verabschieden wollte, sagte der Rothaarige. Ich bin übrigens mehr als nur ungehalten über das, was dein Sohn getan hat. Er sollte die junge Frau observieren und ihr kein Kind anhängen. Sagt Pablo, dass ich von ihm erwarte, dass er seine Missetat wieder gut macht. Beschämt nickte der Bärtige, ging gleich darauf hinüber zur Tür und verließ den Raum. Noch während er die Tür schloss, hörte er den Rothaarigen eine Stelle aus der Bibel zitieren, während im Hintergrund die Kirchenglocken zu läuten begannen. Und der Herr sprach, ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Hi, Ginny, grüßte Harry leise, als er eine Nische mit einer Fensterbank in einem verlassenen, gemäldefreien dunklen Korridor erreichte. Harry, ich bin so froh, dass du hier bist, erwiderte sie, bevor sie ihm um den Hals fiel. Nachdem sie Harry geküsst hatte, fiel es ihm schwer, ihre Umarmung zu lösen. Nach einem Moment drückte er sie jedoch ein wenig von sich weg und sagte, Wir müssen doch aufpassen, Ginny. Ich möchte wirklich nicht, dass uns ein Schüler sieht oder noch viel schlimmer, Severus. Ginny kicherte erst, bevor sie verschüchtert zu Boden blickte und mit erröteten Wangen und breitem, verschmitzten Lächeln fragte, Gehen wir zum Astronomie-Turm? Harry wusste nur zu gut, dass besonders der Astronomie-Turm von Schülern genutzt wurde, die etwas Erfahrung sammeln wollten. Weswegen er antwortete, Meinst du nicht, dass der etwas zu gut besucht ist um diese Zeit? Außerdem weiß ich, dass Severus abends dort gern mal vorbeischaut. Ich will nicht, dass wir in Schwierigkeiten kommen, Ginny. Sie stahl noch einen Kuss, bevor sie schmunzelnd sagte, Bexhaus Nummer 4 ist voller duftender Blumen, Gänseblümchen, Feilchen und viele, viele wunderbar riechende Orchideen. Sprout hat auf Snape's Wunsch hin einige Blumen angepflanzt, die er und Pomfrey als Haipflanze nutzen wollen. Da könnten wir doch hingehen, Harry. Vielleicht jetzt? In diesem Moment kam Severus um die Ecke und Ginny erstarrte zur Salzsäule, während Harry nur verlegen mit hochroten Wangen lächelte. Severus blieb abrupt stehen, als er die beiden bemerkte, sodass sich nur noch für einen Moment sein schwarzer Umhang bewegte, als hätte eine Brise ihn gestreift. Vorwurfsvoll blickte er Harry an, doch der behielt die Ruhe und sagte förmlich zu Ginny, Tut mir leid, Miss Weasley, dass ihre Strafarbeit bei mir heute etwas länger gedauert hat. Ich habe wohl die Zeit vergessen. Jetzt machen sie aber schnell, dass sie in ihr Haus kommen. Ginny grinste, nickte und verschwand daraufhin in Richtung Gryffindorturm. Severus blickte Harry aus zornig verengten Augen an, bevor er kommentarlos den Weg zum Astronomie-Turm in der Hoffnung einschlug, einigen Schülern Hauspunkte abziehen zu können. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.